Dritter Teil Kapitel 52 Seit meiner Rückkehr in meine Heimat sind die Erinnerungen an die Erlebnisse mit Aya, der Enkelin der Schamanin, mein ständiger Begleiter. Auch während der Zeit, die ich für mein Forschungsprojekt in dem Städtchen am Amazonas noch verbrachte, konnte ich sie nicht vergessen. Im Gegenteil, jedes Mal, wenn ich eine Pause von der Arbeit einlegte und von der Terrasse meines Gästehauses aus die Sonne bewundernd untergehen sah, fragte ich mich, was meine junge Freundin wohl gerade machte. Ich hatte nicht einmal Gelegenheit gehabt, mich richtig bei ihr zu bedanken oder mich auch nur von ihr zu verabschieden. Sehnsucht mischte sich dann in meine Stimmung. Denn ich vermisste Aya und unsere vertrauensvollen Gespräche schrecklich. Obwohl ich das Projekt zügig und erfolgreich voranbrachte, erschien mir die Zeit in dem Städtchen im Vergleich zu dem, was ich im Dorf mit Aya erlebt hatte, geradezu drist und bedeutungslos. Es verging kaum ein Tag, an dem ich nicht auf der Straße hoffte, sie unter den wenigen Passanten anzutreffen. Manchmal hielt ich auch Ausschau nach den anderen Dorfbewohnern, denn ich wusste, dass ein paar von ihnen regelmäßig für ihre Geschäfte zu Besuch kamen. Mit Maria Rodriguez hatte ich vereinbart, dass ich zunächst die Erlebnisse in Ayas Dorf für die Forschung erfassen würde. Dafür saß ich meist auch nachts noch vor meinem Computer. Es stellte sich heraus, dass über den Stamm der Jaguare relativ wenig bekannt war. Er galt als nicht sehr kooperativ und verhältnismäßig aggressiv. Ich notierte alle Details und Nuancen des schamanischen Rituals, beschrieb genau den König und dokumentierte die Vorgänge mit dem Tieropfer. Ich hielt fest, welche Gesänge und Klänge zu hören gewesen waren, welche Empfindungen und Gefühle sie ausgelöst hatten. Auch protokollierte ich meinen Krankheitsverlauf und die Art und Weise der Therapie in dem Dorf. Vieles davon konnte ich zwar nicht benennen, aber der Leiter war dennoch von meinem Bericht angetan. All das half auch mir selbst, das Erlebte besser zu verarbeiten. Über Aya und die Vorgänge mit ihrem Vater in der Hütte verlor ich den Mitarbeitern des Forschungsinstituts gegenüber kein Wort. Im Anschluss verbrachte ich noch einige Wochen in der Gemeinde, zu der ich ursprünglich hätte fahren sollen. Sie befand sich nur ein paar Minuten Bootsfahrt vom Städtchen entfernt. Die Zeit dort war spannend und für meine Forschung relevant, aber sie hatte natürlich nicht im Ansatz die Intensität, wie mein Aufenthalt in der Gemeinschaft von Aya. Kapitel 53 Kurz vor meiner Rückreise hörte ich auf dem Weg zurück vom Markt auf einmal einen lauten, vertrauten Ruf. Kurz darauf flog Aya in meine Arme. Wie warm ihre Umarmung, wie schön die Verbundenheit zwischen uns. Ihr quietschendes Lachen berührte mein Herz. Es war das erste Mal, dass ich Aya derart lange so nahe war. Sie duftete nach einer feinen Süße, die mich unweigerlich in meine eigene Kindheit zurückversetzte. Für den Bruchteil einer Sekunde wünschte ich mir, noch einmal die Jugend vor mir zu haben, so unschuldig und voller Neugier. Aya und ich unterhielten uns, als wollten wir die vergangene gemeinsame Zeit wieder aufleben lassen, als wollten wir uns gegenseitig für das stärken, was im Leben noch vor uns lag. Wir redeten, bis es schließlich zu dämmern anfing. Gerade als der Himmel dabei war, sich in ein buntes Farbenmeer zu färben, erschienen die Schamanen. Sie stand in höflicher Distanz, ein paar Meter entfernt von uns. Aya musste aufbrechen. Kapitel 54 Ich nahm Marias Hände und legte sie bedächtig und eindringlich zugleich auf mein Herz. Als ich eine erste Träne über ihre Wangenrollen sah, gab ich ihr einen langen Kuss in ihr tiefschwarzes, dichtes Haar. Erinnerst du dich, flüsterte ich ihr schließlich ins Ohr. Wenn wir lieben, öffnen wir das Herz für den anderen Menschen. Er findet darin ein Zuhause, selbst dann, wenn er an einem anderen Ort weilt. Deine Liebe ist grenzenlos. Sie ist ein Band, das zwei Seelen unsichtbar miteinander vereint. Diese Verbindung können wir spüren. Worte sind dann überflüssig, denn Herzen brauchen keine Worte, um zu kommunizieren. Obwohl ich bald in meine Heimat zurückkehren werde, heißt das nicht, dass ich dich verlasse. Denn wir beide sind so viel mehr als das, was unser bloßes Auge zu sehen vermag. Aya weinte leise weiter. Ich ließ sie gewähren, denn Tränen sind darum ausgeweint und nicht, um unterbunden zu werden. Meine Mutter meinte immerzu, dass unterdrückte Tränen wie ungeliebte Träume sind. Sie entwickeln ein ungesundes Eigenleben im Verborgenen. Kapitel 55 Ich nicht wissen, was gekratztes Instein soll sein, aber sie wollte ihn dir unbedingt mitgeben auf Reisen. Daraufhin zwinkerte ich Aya fröhlich zu, woraufhin sie mit einem verschwörerischen Lächeln antwortete. Kapitel 56 Diesen für mich besonderen Stein trage ich noch heute immer bei mir, gerade dann, wenn ich mit den Menschen, der Welt und vor allem mit mir selbst wieder einmal hadere, umfasse ich ihn besonders gern. Ich zeige dann unmerklich für andere mit meinen Fingern die zarten Linien im Stein nach, kehre in mich. Manchmal glaube ich sogar zu spüren, wie der Stein warm wird. Dabei sehe ich zum Himmel hinauf, zur Sonne, dem Mond und den Sternen. Sie leuchten für uns alle gleich schön, Tag und Nacht, wo auch immer auf der Erde wir uns befinden mögen. Dann überkommt mich ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit. Dabei lächle ich oft still und glücklich vor mich hin. Die Menschen um mich herum schauen mich dann nicht selten erstaunt an. Wahrscheinlich halten einige mich in diesem Moment sogar für verrückt. Aber das macht mir nichts mehr aus, denn diese kleine, schlichte Musik aus der Ferne, diese wunderbaren, einzigartigen Töne kann nur ich alleine hören. Diese Melodie erinnert mich an Aya und das ist genau das, was ich mir für uns beide von Herzen gewünscht habe. Nur wenige meiner Auslandsaufenthalte haben einen derart tiefen und bleibenden Eindruck hinterlassen wie meine Reise an den Amazonas. Ich konnte nicht anders, als auch diesen Teil meiner persönlichen Erlebnisse und Gedanken in die Erzählung mit einzuflechten. Der Rest ist frei erfunden. Zuletzt für dich. Ich würde mich sehr freuen, wenn diese Geschichte auch dich dazu inspiriert, dein eigenes, höchstpersönliches Abenteuer auszuleben und nicht nur davon zu träumen. Ein Koffer ist dafür nicht notwendig. Die Reise in die innere Welt kann leise stattfinden, an jedem Ort der Welt. Aber unbemerkt wird sie deshalb keineswegs bleiben. Auch meine Expedition nach innen ist noch lange nicht abgeschlossen. Sie ist jedoch die Mühe wert. Denn jeder Abschnitt dieser Reise ist bereits jetzt spannend, vitalisierend und unglaublich befreiend. Ich wünsche dir viel funkelndes Sternenstaub für die Magie des Lebens. Deine Corinna Rosa Zur Autorin Corinna Rosa Falkenberg, also ich, verliebt sich in Poesie, Abenteuer und grenzüberschreitende Erfahrungen mit Risikopotenzial. Ihr unbändiger Hunger nach Leben in all seinen Facetten beschert ihr ein Dasein als Künstlerin, promovierte Anwältin, internationale M&A-Expertin sowie NGO-Gründerin im Bildungsbereich. Sie verweilt selten lang an einem Ort und bereist bereits 90 Länder, meist im Rucksackmodus. München, Paris und Bali sind ihre Rückzugsorte. Egal wo sie ist und was passiert, Bauchgefühl und Verstand werden synchronisiert. Zumindest versuchsweise. Wenn es gelingt, geschehen kleine Wunder. Wenn nicht, greift ihr Optimismus. Corinna Rosa Falkenberg ist bewusst, wie crazy das Leben ist. Wie sehr sie in dieses verrückte Leben vernarrt ist und dass sie es in all seinem Reichtum erleben will. Crazy for life eben. … Vielen Dank.